...orientierten Unternehmen wie AutoTelefonica gibt es nicht einfach so eine Torte, sondern die wird mithilfe eines Start-ups aus Bayern befördert. Und zwar heißt das Start-up Devanto. Und das bringt uns jetzt die Torte mit einem Hauch von Digitalisierung. Aber seht selbst! Und das ist die Torte mit einem Hauch von Digitalisierung. Ja, warten Sie noch einen Moment.